Die Faszination E-Bike ist die Dynamik, die in diesen Produkten steckt. In zweifachem Sinne, so zu sagen, als Produkt selber, ich selber komme schnell von A nach B mit dem E-Bike, aber auch jetzt im Markt, in der Entwicklung der E-Bikes. Wir stecken noch in den Kinderschuhen, was wir heute an Produkten sehen. Darüber werden wir in ein paar Jahren wahrscheinlich schon wieder schmunzeln. Wir dürfen gespannt sein, was die nächsten Jahre auf uns zukommt. Der Power, der dahinter ist, die Kraft der Motoren. Ich war vorher nie wirklich der Velofahrer. Und jetzt liebe ich es. Aber jeder muss es selber ausprobieren und dann werden wir es bestätigen. E-Bike? Ich glaube, E-Bike ist letztlich Lebensqualität. Wie der Herr, der wieder mit den Kumpels in die Ferien konnte. Es ist Lebensqualität im Alltag. Die kleine Tour nebenher auf dem Arbeitsweg. Es ist auch etwas Spannendes vom Design her, von der Entwicklung her. Das E-Bike entwickelt sich so langsam weg vom Velo zu einem Fahrzeug vor einer eigenen Gattung. Und ich glaube, an dieser Entwicklung teilzuhaben. Und auch an der Entwicklung auf der Kundenseite. Es kommen immer mehr Bedürfnisse. Es kommen andere Bedürfnisse. Es kommen andere Kunden. Auf der Herstellerseite. Was machen die? Wir stehen eigentlich wirklich im Mittelpunkt von allem. Und können aus dem heraus weiterarbeiten. Ich habe einen Arbeitsweg von 18 Kilometern. Das kostet mich mit meinem E-Bike 25-30 Minuten. Wenn ich den gleichen Weg mit dem Auto mache, dann bin ich vielleicht 5 Minuten schneller. Aber wenn ich einen kleinen Stau habe, was häufig vorkommt, dann habe ich nicht einmal einen Zeitvorteil. Ja, ich war dann eine halbe Stunde draussen, wenn ich im Geschäft ankomme, habe den Kopf verlüftet, habe mich bewegt. Ich komme ganz anders an die Arbeit. Also es ist eigentlich Geschwindigkeit, es ist Bewegung. Körperlich kann ich es mir so einteilen und einrichten, wie ich will. Ich kann mal ganz heftig körperlich arbeiten, nicht viel Druck auf die Pedale und bin sehr sportlich unterwegs. Oder ich kann es dann auch mal gemütlich nehmen, wenn ich eine beschauliche Heifahrt vielleicht mal die Abend angesagt ist. Also da kann ich mit meinem E-Bike die Unterstützung abrufen, wo ich dann gerade Lust habe darauf. Selbstverständlich, ja. Also arbeiten gehe ich natürlich immer mit einem schnellen, mit einem Speed-Pedelec. Von Aarau, das sind 25 Minuten, da kannst du gemütlich fahren. Aber natürlich auch in der Freizeit, ein Mountainbiken, das ist wirklich geil.